Super Kamikaze auf Fieber 2. Und jetzt geht es auch schon los hier, das Popcorn. Ja? Da werden sich meine Gäste aber freuen. Das leckere Popcorn. Seht ihr, wie es poppt? Kriegt die Kamera daraus eingefangen? Ich sehe auf einem Kontrollmonitor, die Kamera fängt ungefähr gar nichts ein. Außer einer zu fahren. Da ist es da. Schön einfangen. Jetzt poppt gerade nichts. Nicht weggehen, bevor es noch mal gepoppt hat. Das war wahrscheinlich schon eine Idee, die aufgehen, oder? Na, wie auch immer, as of ever. Soll ich mal ein bisschen nachfüllen? Oder darf man das jetzt nicht aufmachen? Darf man auf keinen Fall aufmachen? Ist total schlimm und giftig. Ja, lass ich mal. Hört jetzt mal an. Das ist ja wie Silvester. Und hier sind sie, meine großartigen Gäste. Die Pornografik. Hier sind... Ed, Ed, 2X! Hi. Hi. Hello. Hi. Ah, you are, you, 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 this is a video diary, huh? Is that a video diary you make? Yeah. Ganz kleine Video-Kamera. It's the smallest Video-Kamera-Corder available. Es ist ein Video-Kamera-Corder. Er führt ein Video-Kamera-Corder. Hello. I want to be in that video, in that diary. Er kann mir mal zeigen. Er führt nämlich sein Video-Kamera-Corder. Er führt nämlich hier. Weißt du? Sieht ihr das? Ja? So, hier. Ich kann immer record over that part, Barry, wenn er in there. Don't worry. Ja, dann kann man das sehen. Ich kann immer get rid of that. Ah, ja, you can erase that later on. Ja, ja. I know. Sie sagt das, huh? Ja. Come and speak to Liz. Do you like popcorn? Is this my chair? Is this my chair? Is this your chair? You want that one? If you're pregnant, I got that one for you. That's all right. Yeah, I am pregnant. It's all stuff you send in. How did you know he was pregnant? It was supposed to be a secret. Truth's out there. Well, I read it in the Medical Tribune. You want some popcorn? Yeah, I guess so, huh? No. I heard it. Yes. Yes. Yes, yes, no. What, is it popcorn or champagne? I'd rather have the champagne. It's popcorn and champagne. Okay. So we start with the popcorn, and if you're eating it all up, then you get a little bit of champagne. What if I manage to finish all the champagne, then I'm allowed one popcorn? No. Okay. That's not the way it works. Ja, ich sehe gerade übersetzen. Sie will also lieber ganzen Shampoos haben und dann ein bisschen Popcorn. Ich sage, sie muss das ganze Popcorn fressen und dann gibt es ein bisschen Champagner. First of all, before we start eating and drinking, we should have a look at your nice video with the nice two girlies, and then later on we can talk about it. What were you saying? Is that a cool idea? Yes, well, let's watch Plug Me In. Yeah? Plug Me In. Yeah. Which one you like better, Plug Me In or Metal Fingers in my body? Well, the videos. Ja? They're both good. All right. I prefer, I prefer, I prefer, like live, live spaghetti eating. Eddie. I'm trying to make it bad for you, but I don't like it. Here's Plug Me In, that porno-video of the pornkraftwerk. We'll be back again. We'll be back on the podcast 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 on the podcast. And on Viva 1 is now a very sad video. Yeah? There's probably something from Blümchen. Give me some time. Or so. Bis gleich.